Oh Mist, Oh Mist, Oh Mist, Oh Mist, Oh Mist, Jetzt bin ich top Da vorne auch Geld hat sich gelohnt, die 400 Euro Ich hab auch mega behindert, 400 Euro in die Grafikkarte zu stecken, ganz ehrlich Nein, das ist richtig hart Also wenn ich die Aufnahmequalität sehe, nö Fast gerade so Nächstes Jahr kommt ne neue CPU noch rein Das Octa-Core Man darfst zahlen die Wixen 500 dann, oder was? Mach das, dann kommst du mir rein Juhu, ich hab jetzt... Jetzt kann ich kämpfen Jetzt komm ich zu euch So Bei dir Wo seid ihr? Mach mal Wegpunkt Sven Hast du? Ist er aktuell? Oh ne da Oh ist er tot Oh das hat Spion Der lebt Spion Sven ist der Wegpunkt aktuell Nein, glaub nicht Ja, mach mal Mach mal aktuell Oh das ist gut Oh er ist tot Das ist ein Sandi Mein Gott Du hast sogar zwei da hinten Ach doch da rennt einer Kann ich den überfahren? Roadkill wär nicht verkehrt mal Hi Jungs Da ist er vor dir Ja Niiiihihi Iiiiiiihihi Also mit Markus macht es ja wieder viel mehr Spaß als in Puta Ich fahr zwischen den Terranern rum und mach Roadkills, weil sie Stationen von der Warnungsangreifen aber das ist schon hart das sind die hat genutzt wo ist er denn oh keine ahnung hört ihr auf zu mich zu beschießen das ist ja feige Leute sind einfach zwei Schüsse und nehmt der Typ ja wenn die Distanz größer ist überleben die auch zweimal Naja, ein Killer hab ich gemacht ich mach grad XP Bonus ohne Ende alter die da vorne die ganze Zeit immer snacken und du der die ganze Kiffner ach mega die XP-Spieg wo seid ihr eigentlich? das ist hier wohl noch dieser mir? äh geht nach ups wir sind auf die Traverse Traverse? mehr das ist Entschuldigung? ah da hast du schon zu ja ich seh es jetzt wurde mir grad nicht angezeigt deswegen ey und er kann sich wieder ammo obwohl er selber hinschieß könnte... nein der ist Medic ok doch nicht, da ja so wie in der Rüsen aber bei kämpfen geht meine FPS-Zahl auch in den Keller ich bin grad fertig, die haben einfach beide überlebt, wie hat sie verletzt? ich hab beide eigentlich überfahren ab jetzt ein schlitzer update gekriegt das muss ich mal gucken schlitzer fahrt warum man zu immer wieder dahin oder machen ja aber seitens erst die flieger verjagen glaube ich habt ihr das sind ja noch all laufende fußsoldaten die gegner die stehen alle ja ich würde so weit muss noch neun stück überfahren dann krieg ich nicht mein weihnacht zu dann kann ich denn aussetzen dann krieg ich dann die anderen dinger achievements noch voll ich bin der bäste ich möchte das steht schon mal ein und hat hier noch das ist wieder bei jahren bei gebrochen und wieder bei der kommando oder nicht mehr und wenn wir das noch ohne oder fett mit der jahre ist da und das ist ja hässlich ein überfahren na ja geht panzer wieder das ist schlechte ausbeute oder ein kill mit einem harry wir danken dir wir danken eben wie wundervoll ist meinst du von steam ja du denkst mal wird wieder weihnachten machen sie ja bestimmt wieder hauen sie ja wieder prozent drauf und kostet ihn weg da kostet 20 euro dann das spiel oder so auch ein weg weiter und sind viele das war nur es er wurde jetzt hast du ja viele infanteristen am wegpunkt wo denn weg kommt ich komme ich meine viele ja ich komme der seite ja von da kam ich auch gerade die hüter sind recht welche wir fangen nach guter hinterher dann fängt er um zu kugeln nein ja nein die hauen alle ab die zykonne was sind das für idioten wo könnt ihr noch mal stehen bleiben ja war schön naja schützt hast du einen erwischt ja aber richtig schön und weg hier weil sie schon ein präferin zu dem roten winkel waren und dann auch auf die weg oh Mist oh Mist oh Mist oh Mist jetzt bin ich tot da vorne auf dem stein Mist lock uns ja von dem Tüten da sollte langsam weggehen er sucht ja ich sag dir langsam ich bin bereit fürs reppen also dass die dinger echt nichts kosten ist so geil da hab ich drogen rein muss ich sagen ich habe mir auch mal drogen rein wenn ich rappen gehe ach schau mal wir haben Freunde Kollegen aber der da oben bekommt vielleicht mal zwei Raketen vielleicht sollten wir da auch mal hochfahren da scheint Spaß zu geben da ist ein Sonderrader brennt da ist ein Meg Rider den anderen hab ich Kylon Alter hört doch mal auf zu mich zu beschießen Scheiße Jungs ich komme hilf mir mal ja Markus macht Feinde erledigt ja hier wir decken dich doch ja wir decken den Hang hier oben hier sind die ganzen Gegner wenn dann äh Harris aber hier unten ja danke ihr deckt mich ja wir sind auch schon damit da ne Markus gerade aus ich mag irgendwie habe es auf meinem Mann langsam es taugt sogar mal was ich denke C4 hast du gedrocken eigentlich die ganze Zeit ja ich weiß ich doch also vier die jetzt scheiß heranländer ist ja ja zu stark einfach ich meine da sind gar keine Fußsoldaten mehr aber ich bin jetzt mal bei Alex mit drinnen der fährt hier nämlich nach oben ich bin dabei nah dran wäre ich so neu die Punkte oh Gott der snackt mir die Punkte Alter und dann brauchst du dir wieder Hilfe ja nö warte es hat sich gleich erledigt jo schon zwei Seiten eingekesselt da brauchst du keine Hilfe mehr ja wieder bei uns wieder von mich weißt du die wix kinder ach fegt euch doch wo bist du Markus alles im Ahnung was operational ist wo haben wir die Punkte wir haben noch 13 Minuten das sind aber auch wieder draußen welche ja ich hab doch mal zwei Schuss drauf gesetzt ich habe zwei von neun ich brauche noch sieben Roadcats das haben wir wir haben die Einrichtung befreit der Haftkaner hat halt einfach den ganzen Sonntag gesprengt wenn ich so auch immer Leute einfach so ein Team halt halt auch gleich woppen wie wir alter nur in Rose oder so und hinten dran nicht die geholten so ne oooh das habe ich nicht drauf gepasst das war mein Fehler das war Technikanlage sicher genau Technikanlage das ist ja langweilig die ist viel zu groß ach das ist zu lau was Lappengeben macht kein Plan 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 5 6 6 6 7